also leute ihr glaubt es ist ja immer wieder hammergeil auf mal aufzudrehen und so haben ja hier aber jetzt hier ist wir sind kurz im abflug und vom flughafen und das ist immer so eine panik für mich und so ich hasse das normalerweise scheiß flieger aber leider muss ja immer wieder da rein und vielleicht muss erst mal schlucken irgendwie ein ballern hier du das normalerweise und gerne aber was willst du machen ohne die flieger kommst du nicht weiter irgendwie laufen nach australien auch scheiße irgendwie was geht was soll's also bist du und put your hands up in the air